Ähm... Fui fondo Heute ist Halloween. Darum haben wir unsaldsasset, dass wir uns gegenseitig schminken machen möchten und dass's Gegenüber errattet als wahr, dass man an Halloween sei MXG proudgel倒. Wir haben insgesamt pro Person 6 Minuten Zeit und wastsen uns damals jeweils mit 1 Minute untereinander zu arbeiten ab. Sorry, ich muss doch an den Requisiten anfangen. Warte... Okay, oh mein Gott... Nein, die sind just retter! Die sind voll entdecken! Egal. Was? Eine Minute ist schon vorbei? Ja... Ich weiss ja mal, wie es aufgeht. Ich sehe sicher mal besser aus, als du. Oh, F***! Ähm... Bi-bi-bi-bi! Ja. Seid ihr noch kurz warten, bis es trocken ist mit den Brillen? Ich weiss nicht, ob es überhaupt trocken könnte. Bin ich ein Skelett oder so? Gange ich als Leintuch? Nein, ich komme... Also, sorry. Oh nein! Es formt sich eine Träne, die gehört nicht zum Look. Das ist meine Street-Credibility, die Träne. Oh, F***! Egal. Wer denn Panda? Kung-Fu-Panda? Warte, vielleicht kann ich da noch retten? Keine Zeit zum Retten! Also, jetzt haben wir beide Hälfte. Naja... Bin ich ein Flügelpilz? Nein! Hä? Kannst du vielleicht das Gesicht ein bisschen entspannen? Bin ich der Dude mit der Baseball-Maske? Der, der Leute abschlechtert. Jason? Ja... Aber der ist doch nicht der Baseball-Maske! Ist ich so keine Maske? Ah, Ops, sorry! Bist du ready? Ja! Oh mein Gott! Die Figur ist sehr muskulös. Ah, ich weiss welcher! Der Skeleton! Ja! Von He-Man! Auf drei Happy Halloween! Auf drei! Eins! Zwei! Happy Halloween! Cringe! discourteet euch. Wenhma! Danke! Bei mir ist aberratissimo. Denn in unserer Autohäne 말u Rise hinein! атив questioned